Willkommen zu Frequent Traveller TV, heute der ITB ersten Ausgabe. Ich bin für euch auf der ITB rumgerannt, habe schon mal einen Eindruck für euch gesammelt, was es dort alles Neues gab. Die Bahnfahrt hin war übrigens interessant in der U-Bahn, S-Bahn, ich weiß immer gar nicht, ich glaube S-Bahn ist es, ne U, war ja U2, mit Jens Bischof lange diskutiert über Eurowings und was da Neues gibt. Morgen vielleicht mehr, schauen wir einfach mal. Aber heute gab es ja auch interessante Nachrichten, einmal die Austrian Airlines ist von einem spontanen Streik heimgesucht worden, dann Edelweiß verliert Teile an einem Flugzeug, Boeing hat weiter mal Läsche mit der 737 und der 787 Software Update, das geht nicht. Und TAP, Air Portugal, vielleicht muss Dufanser auch in Portugal ran, Carsten Spohr hat sich dazu geäußert, aber wir haben auch irgendwie den Verlust der Geschäftsleitung in TAP. Die Regierung hat Kopfkürzei gemacht. Das erste Thema, und das ist das, was ich heute überraschend gefunden habe als Thema, war Austrian Airlines, dass sie direkt mit einem spontanen Warnstreik von zwei Stunden heimgesucht worden sind. Hups, ein bisschen höher kommen, hier im Grand Hyatt. Was, H, irgendwie, irgendwie ist das bockig, ne? Nun gut, aber so ist das. Auf jeden Fall ist es so, dass bei der Lufthansa Tochter 1200 Verhandlungsteilnehmer waren oder Versammlungsteilnehmer von der Gewerkschaft und die wollten sich da über den Sachstand informieren, wie die Gehältersituation ist. Aber die Tarifverhandlungen sind ja abgebrochen worden. Insofern ist dort bei dem Abbruch dann irgendwie auch bei dem Personal gesagt worden, nee, jetzt müssen wir streiken. Und das ist auch in meinen Augen so ein richtiger Weg, wenn man zumindest Verhandlungen hat, die abgebrochen sind. Aber wir wollen keine Parallelen ziehen, sagen wir mal so. Auf jeden Fall ist es so, dass man die Teuerung einholen möchte und reinholen möchte. Und die Austrian hat ja auch gerade wieder schwarze Zahlen bekannt gegeben. Die haben natürlich da keinen Bock drauf, weil das natürlich das Ergebnis wieder irritiert. Man hatte ja auch 2020 auf 15% Lohnverzicht sich geeinigt und natürlich, das wollen die auch wieder haben. Alles zu Recht. Also da muss man dann auch ehrlich sein und die Kirche im Dorf lassen. Man hatte ja, wenn man den Gewinn nochmal sieht, bei EBIT von 3 Millionen Euro erzielt. Also ein Gewinn ist natürlich nicht so viel. Aber man sollte dann auf das Personal irgendwie eingehen und sagen, hier, da ist etwas. Ich weiß auch nicht, wie ihr das empfunden habt, dass diese Arbeitsniederlegung, die bis zum Nachmittag dauern sollte. Ich habe da keine Informationen inwieweit, die jetzt schon wieder beendet sind. Wir haben hier jetzt 16 Uhr in Berlin, wo ich das aufnehme für euch. Ja, ich glaube, ist alles zugesagt. Aber ihr könnt unten kommentieren, das ist wichtig. Auch abonnieren, Kanal, Glocke an, Like da lassen. Aber auch ganz, ganz wichtig ist Kanalmitgliedschaft. Ja, den Namen muss ich immer ablesen, auch wenn ich die Dame persönlich kenne von der Airlines for Europe. Und das ist Christine Omires Widener, so heißt sie. Und sie ist ja eine toughe CEO von der TAP und sie kommt da sehr energetisch immer rüber, auch auf Podiumsdiskussionen. Und deshalb war es doch sehr überraschend heute, als ich lesen musste, dass die Regierung von Portugal die, ja, von Skandalen, es ist ja ein Skandal, wir hatten ja über die BMWs gesprochen, wir hatten auch über andere Themen gesprochen, sie jetzt ihres Postens enthoben hat. Und da ist es so, dass man gesagt hat, nö, das geht gar nicht. Und umstrittene Abfindungen in Höhe von einer halben Million für eine Mitarbeiterin im vorigen Jahr, das war Alexandra Reis bei ihrem Weggang. Und deshalb ist es auch so, dass man dort, ja, danke, tschüss, weg. Und das kann man natürlich irgendwo nachvollziehen, wenn man als Regierung unzufrieden ist mit seinen Mitarbeitern. Und die TAP ist ja auch 100 Prozent Regierungseigentum, aber man möchte dort Prozente loswerden. 50 Prozent redet man. Und wer ist derjenige, der dann in Frage kommt, wenn man Anteile kaufen kann? Carsten Spohr. Carsten Spohr ist natürlich auch dazu gefragt worden, inwieweit das mit der TAP ein Thema ist. Und da hat er auch zu gesagt, ja, TAP ist ein Thema, aber vordergründig ist die ITA erstmal unser Thema. Und jetzt muss man halt schauen, wie weit der Konzern, die Lufthansa, da die TAP eventuell parallel auch aufnehmen kann. In der Hoffnung, dass die sich mit diesen beiden Spezialfällen nicht übernehmen, muss man ja der Ehrlichkeit halber dann schon sagen. Und auch ein bisschen Angst haben, dass die Lufthansa da zu viel möchte. Ich selber traue der Lufthansa das zu, weil da sehr fähige Leute arbeiten und die wissen, was man bei solchen Übernahmen macht. Aber zwei auf einmal ist vielleicht einer zu viel. Und man könnte natürlich sagen, IHG, die ja die Air Europa gerade einverleibt haben oder die Franzosen, die KLM Air France oder Air France KLM, sind auch ein potenzieller Partner. Ich persönlich kann euch nicht sagen, welchen ich bevorzugen würde, weil mir die Macht aber fast schon vom British Airways und auch der Lufthansa Gruppe zu unheimlich wird. Vielleicht wäre es jetzt mal an der Zeit, dass die Air France KLM da was zum Zuge kommt. Also ist halt schade, wenn die TAP von der Starlines weg käme dadurch und damit zur Sky Team. War übrigens heute auch beim Sky Team Stand auf der ITB. Aber da ist nichts Großartiges passiert. Es war einfach nur Welcome Virgin. Also insofern ist man da noch in Feierlaunen, ein kleiner Stand. Und ich denke mal einfach, dass die Frau Umiris Weidner, die ja bei der TAP länger dran war und vorher bei der Air France, glaube ich, auch gewesen ist, sie findet einen neuen Job, ist allerdings natürlich immer ärgerlich, wenn man aufgrund solcher Umstände geht. Skandale über Skandale, ne? Aviation. Was auch ein Skandal war, ist eigentlich eher so eine Dekor-Geschichte, wenn man ehrlich ist. Natürlich ist es ärgerlich, wenn Teile vom Vorflügel abfallen. Das war ein Airbus Anra 40, der edelweißig wird ein Bild hier irgendwo einblenden, wenn meine Haare mich nicht weiter nerven. Also diese Locke, das ist ja wohl unglaublich. Der Flug WKA 50, der ist am Mittwoch, dem 1. März gestartet. Man ist damit dann auch geflogen, 10 Stunden nach, wohin ging es eigentlich auf dem Flug, nach Thailand, nach Phuket. Und dann merkte man, dass nach dem Verlassen des Flugzeuges, dass da auf der Reise von der Schweiz nach Thailand ein Teil des Vorflügels sich gelöst hat. Und ihr seht, das Teil ist also auch relativ groß und hat dann auch das Triebwerk beschädigt. Und ihr seht, wie sicher Aviation ist, dass da nicht großartig was anderes passiert ist. Und man hat es auch nicht wirklich direkt gemerkt. Das Flugzeug war zuvor in einem A-Check. Und der A-Check ist so, dass die natürlich kleine Wartungsüberprüfungen gemacht werden. Also es ist eigentlich ein Routine-Check. Vielleicht hat da jemand eine Schraube vergessen. Man weiß es nicht, aber man wird es jetzt einfach untersuchen und schauen, was da das Ergebnis ist. Es ist ja auch richtig so, dass man dann auch guckt, vor allem wo das Teil ist. Bei wem im Vorgarten auf einmal so ein rechteckiges, abgerissenes Teil dann liegt. Wer also nicht irgendwie zur Ruhe kommt, das sind die Freunde von Boeing und Boeing in Seattle. Die sind ja jetzt in Arlington, Entschuldigung. Aber für mich ist es halt immer noch Seattle Boeing. Die haben da echt die Kacke am Dampfen. Und das kann ich auch so sagen. Ich hoffe, mein Video wird jetzt näher, weil das ist ja... Also in der ersten Minute, glaube ich, darf man sowas nicht sagen. Aber es ist halt wirklich so, dass die ein echtes Problem haben. Und man kriegt die 787er und auch die 737er Max, die auf dem Hof stehen, nicht weg, weil sie nicht abgedatet werden müssen. Man hat größere Software-Probleme, denn der Fehler wirft den Abbau ganz klar zurück, den man da haben möchte. Und nach Informationen von Liam News oder des Air Finance Journal gibt es halt wirklich Riesenprobleme, da ein neues Update aufzuspielen. Das betrifft die 737 Max und die 787 nach Einschätzung der FAA in dem Moment sicherheitsrelevant, wenn ein Flugzeug nicht an den ursprünglichen Besteller ausgeliefert wird und von Nachrichtenbetreiber umkonfiguriert werden muss. Aber warum kannst du da kein Software-Upgrade machen? Also das ist ja auch das Problem. Die sogenannte Option-Selection-Software, die OSS, ist da, die die Stellen im System identifiziert, die ein Update brauchen. Und was es halt alles so gibt. Und wenn man halt ein Cockpit-System geändert hat, dann muss hierfür in mehreren Punkten neue Dateien aufgespielt werden. Das ist ja logisch. Jeder hat ja auch eine andere Konfiguration, Cockpit und so weiter und so fort. Und das ist halt das Problem. Denn der Fast Finder, was das Programm ist, wenn das halt nicht sagt, welche Programme da abgedatet werden müssen, dann hast du ein echtes Problem. Okay, ich denke, die schreiben schon wieder, dass es um ein Jahr, um bis zu ein Jahr das Ganze zurückwirft. Und ich glaube, dass das Vertrauen in diese Bastelbuden, und ich sage jetzt ganz bewusst Bastelbuden von Boeing, komplett pulverisiert. Also das ist für mich jetzt etwas. Also wenn ein Update nicht funktioniert, wenn da halt jetzt nicht irgendetwas ist, ja, schwierig, schwierig. Das ist, also, ich bin sprachlos. Ich bin wirklich sprachlos. Und bevor ich wirklich sprachlos werde und weiter mit meinem Haar kämpfen muss, zur Happy Hour gehe, also das ist ja unglaublich, muss ich morgen fixen, Es ist so, dass man jetzt sagt, lieber, lasst uns mit der Sendung zu Ende gehen und die beenden, bevor ich dann noch wirklich durchdrehe mit diesen Themen. Also es ist unglaublich, was bei Boeing los ist. Und lieber abonniert den Kanal, macht die Glocke an, lasst ein Like da, aber auch vor allem kommentiert unten und Kanalmitgliedschaft. Danke, dass ihr es heute auch wieder auf den Kanal geschafft habt und geschaut habt. Wenn ihr zum Beispiel auf der ETB rum abhängt oder mich treffen wollt, kein Problem. Heute habe ich ja auch einige auf der ETB getroffen. Übrigens auch bei dem Auto, wo es Bier vom, nee, Fass vom Bier gab. Das kann es ja auch nicht ausdenken. Da muss ich mal gucken, ob ich das morgen filme. Aber nichtsdestotrotz sind wir morgen wieder dabei. Morgen gibt es ja auch wahrscheinlich vom Mind & More ein Update. Da soll es ja auch ein bisschen 30 Jahre Malte & More geben mit Ausblick auf die Zukunft. Da bin ich mal gespannt, was dort gesagt wird. Es ist 16 Uhr nachmittags. Ich muss mal gucken, wie ich das schaffe, das von da aus zu senden. Aber schauen wir mal, ob wir das nicht einfach aufnehmen und dann später zubereiten. Mit 19 Uhr kann ich dann nicht versprechen. Also, danke, dass ihr heute dabei wart. Bis morgen in Alter und Frische. Und bis dann. Ciao. Also, bis bald.